Hektar schreitet voran und der letzte Wunsch seines Bruders Uta geht mit ihm. Sein Ziel ist die Insel des Grauens. Dort erwartet ihn ein Feind, den es zu besiegen gilt. Nergal umgibt sich mit seinen Morphs und erwartet Hektars Ankunft. Das letzte Gefecht naht. Und damit herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Fire Emblem Kapitel 32, Sieg oder Tod. So, wir sind am Ziel. Phagos, ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken kann. Ach, vergiss es, mein Junge. Bist du sicher, dass du unsere Hilfe nicht weiter brauchen wirst? Phagos Piraten bringen die Damen zum Lächeln. Und die Schorken zum Weinen. Wir könnten nützlich sein. Danke für eure Sorge, aber von hier an müssen wir alleine weiter. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Aber ihr könntet eine Nachricht für uns überbringen. Selbst wenn es uns gelingt, Nergal zu besiegen, gibt es keine Garantie dafür, dass wir die Schlacht überleben. Wir könnten, wenn wir nicht zurückkehren. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber... Darüber mache ich mir Gedanken, wie die Zeit gekommen ist. Keine Sorge. Vielen Dank. Auch wegen Nils. Ich weiß. Ich werde die Verantwortung für ihn übernehmen. Nils? Wir müssen jetzt gehen. Wir werden Nergals Ambitionen zerschlagen und ihn bezwingen. Du wartest hier und ruhst dich bis zu unserer Rückkehr aus, ja? Nils. Ich glaube nicht, dass du mir vergeben wirst. Ganz egal, wie ich mich bei dir zu entschuldigen versuche. Aber bitte, hör mich an. Unsere Macht ist kein Vergleich zu der von Nergal. Aber trotzdem können wir jetzt nicht aufgeben. Ich muss auch Ninjans letzten Wunsch erfüllen. Niemals werde ich mich dieser Pflicht entziehen. Also möchte ich, dass auch du dich der Realität stellst. Es muss nicht jetzt geschehen. Erst musst du den Schmerz überwinden. Wenn du dich erholt hast. Ich bin sicher, dass Ninjan es so gewollt hätte. Gut, Phagus, wir gehen jetzt. Hey, vermassel die Sache nicht, Welpen! Nun denn, jetzt heißt es zurück an Bord und warten. Komm, Junge. Oho, ich hab's vergessen. Ich hätte Ihnen doch noch etwas Wichtiges geben sollen. Hm? Etwas, das im Kampf von großem Nutzen hätte sein können. Ich kann nicht glauben, dass ich so etwas vergessen konnte. Dann muss ich jeden wohl jemanden hinterher schicken. Ich werde gehen. Oh, bist du sicher, dass du das auf dich nehmen möchtest? Das bin ich. Dann bin ich ja erleichtert. Lebe und kehre zurück, Welpe. Er hat dir nicht mal was gegeben. So eine Verarsche. Sie kommen also. Geh, Limsteller. Bring ihre Quintessenz zu mir. Sire. Ich habe dir Magie verdienen, die stärker ist, als alles, was auf diesem Kontinent gefunden werden kann. Durch diese Magie hast auch du große Macht empfangen. Perfekte Stärke und perfekte Schönheit. Du bist mein Meisterwerk, Limsteller. Dein Fleisch kann die Macht dieses Zaubers nicht lange ertragen. Vor dem Morgen wird dein ganzer Körper verdorben sein. Aber dies ist es, Funa hat sich verdankt, nicht wahr? Die Chance zu erhalten, für mich in den Tod zu gehen. Wie ihr wünscht. So weit, so gut. Noch ein kurzes Stück und wir sind am Drachentor. Wir sind ohne Probleme bis hier hervorgedrungen. Ich frage mich, wann sich Graubahn endlich zeigen wird. Was sollen wir jetzt tun? Warten? Lass mich nachdenken. Ein Zauberer erscheint immer genau dann, wenn er es für richtig hält. Lord Eliwood! Lord! Vorsicht! Weicht er aus! Nils! Du bist gekommen! Das bin ich. Ich kann nicht länger davonlaufen. Ich werde Ninjans Platz einnehmen. Ich muss ihre Aufgabe erfüllen. Nein. Ich muss Ninjans und meine Aufgabe erfüllen. Ich werde mit euch kämpfen. Und gemeinsam werden wir den Kurs des Schicksals ändern. Gut gesprochen. Jetzt klingst du bei einem Mann. Nils! Wie schön, dass du hier bist. Es tut mir leid, wenn ich euch Sorgen bereitet haben sollte. Es geht mir jetzt wieder gut. Und jetzt... Schluss mit dem Versteckspiel! Komm raus und zeig dich! Ich weiß, dass du da bist. Hm? Was? Wow! Wer... Limsteller? Diejenige, die immer an Mergard Seite zu finden ist. Haar wie Ebenholz. Goldene Augen. Du bist ein Morph, nicht wahr? Ich bin gekommen, um eure Quintessenz zu holen. Kommt hervor, meine niederen Diener. Haben sich aber ganz schön viele versteckt. Wie kann man eine ganze Armee in Nix verstecken? Wir müssen uns im Weg freikämpfen. Egal wie viele es sind, es gibt nun kein Zurück mehr. Er hat noch keine Drachen gerufen. Wenn wir jetzt aufbrechen, haben wir noch Zeit, ihn aufzuhalten. Es beginnt. Die letzte Schlacht. Ja, die letzte ist es jetzt nicht. Wir müssen dann noch gegen Drachen kämpfen, aber das weißt du ja noch nicht. Deswegen will ich es dir jetzt auch mal nicht verraten. Ich nehme dir meinen Spaß nicht weg. Ja, ja, die letzte Schlacht. Zumindest gegen Menschen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt einige Einheiten. Ich darf jetzt nicht vergessen, den ganzen Einheiten wieder ihre Items zu geben. Das wäre sonst ziemlich bitter. Also, als allererstes kriegt Jafar auf jeden Fall einen Schnitter. Der braucht sowas. Nils muss, glaube ich, mitkämpfen. Den würde ich auch grundsätzlich gerne mitnehmen. Ich muss halt auf ihn aufpassen, aber Ninnis, Anmut und Thorst Zorn wahrscheinlich auch könnten mir allerhand nützliche Dienste erweisen. Oh, kritische Treffer. Gerade für die Schwertkämpfer dann doch wieder eine sehr schöne Fähigkeit. So, zwei Schnitter brauchst du auf jeden Fall nicht. Das heißt... Jetzt muss ich natürlich wirklich alles wieder ordnen. Das könnte ein bisschen dauern. Gerade, warte... muss auf jeden Fall Elfenlicht und Co-KG erhalten. Schweigen erstmal nicht. Das brauchen wir für später Erholung. Teleport... Naja, ist erstmal nicht so schlecht. Dann können wir hier nochmal mit Jafar tauschen, damit er auf jeden Fall einen Schnitter kriegt. Also, ne, damit er ein Elixier bekommt. So, um es besser. Dann können wir die Sachen abgeben. Und dann haben wir bestimmt einiges. Also, wir haben auf jeden Fall das Eisenschwert. Wir haben ein Stahlschwert. Er kann auch kein Silberschwert nehmen. Bullshit. Na gut, auf jeden Fall den Panzerbrecher noch. Und ne Silberlands. Okay, der ist eher so der Pflanzenfanatiker. Okay, Lovin, ich weiß, was abgeht. Ähm, dann das Elixierkorb noch abgeben. Den einen Schnitter braucht er nicht. Dafür noch das Eisenschwert mit sieben. Wer weiß, vielleicht kann es ja irgendwie hilfreich sein. So, dann können wir auf jeden Fall Hektor einiges an Items geben. Die Silberaxt, ne Meisteraxt. Ähm, der Rest kann eigentlich auch schon wieder weggehen. Ich hab vielleicht ein bisschen viel gekauft. Das geb ich zu. Aber besser man hat, als man hätte. Oh, gratis Weihwasser. Könnte jetzt richtig geil sein. Ich geb's einfach mal Lündes mit. Notfalls tauschen wir halt nachher nochmal. Sie bekommt auf jeden Fall noch das Leichtschwert. Und ich hab nur ein Silberschwert. What the fuck? Ich dachte, da wär ich schlauer gewesen. Ich hab vergessen, bei ihr den Leitstand zu benutzen. Weil ich der Meinung war, ich krieg die eh nicht mehr auf Level 20. Da können wir auch jetzt schon die nächste Stufe erreichen. Extra Fähigkeiten, Punkte, Stärke und ein totes Pferd ohne Augen. Weihey. Wird ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Was kann sie jetzt noch zuhört sich benutzen? Magie. Denn mit Magie macht das Kämpfen Spaß. Ähm... Ist bloß die Frage... Okay, Feuer. Immerhin. Ist besser als gar nix, sag ich jetzt mal. Was können wir denn noch mitnehmen? Also wir brauchen eigentlich noch ein paar Stäbe für sie. Wir haben auf jeden Fall noch sechs Heilungen. Nochmal Pflege. Und dann vielleicht mal noch Purga-Tief. Wir sollten auch auf jeden Fall irgendjemandem Erneuerung rumgeben. Da ist dann hier Seraphil verantwortlich. Schlaf will ich mir eigentlich aufheben. Und wenn ich es jetzt mitnehme, weiß ich, dass ich es in der Hilfe des Gefechts vergesse. Dass ich es eigentlich nicht benutzen wollte. Sie kann echt nur Stäbe nehmen? Auch als Bischof? Nein, die könnte göttliches. Ah, aber ich glaube... Ja, ich habe zwar die Göttlichkeit geholt, aber die reicht nicht aus. Verdammt. Okay, dann natürlich noch ein Heilmittel für sie. Weil sie sich, glaube ich, nicht selber heilen kann. Das weiß ich gerade nicht mehr genau. Jetzt, die Bögen. Davon habe ich doch genügend. Also Meisterbogen, Kriegerbogen, Langbogen müsste ich eigentlich auch haben. Ja, sehr schön. Und dann kriegst du noch ein Heilmittel für den Fall der Fälle. Sollten die Pfeile nicht ausreichen. Muss man ja trotzdem irgendwas machen können. Dann natürlich jetzt auch noch ein Heilmittel geben. Ja, das wird jetzt hauptsächlich Ausrüstungsfolge. Damit ich dann auch für den letzten Kampf alles irgendwie habe. Bei Ellivode, der ist eher wichtigerer Charakter. Er kriegt ein Elixier. Ich habe selbst mit den ganzen Elixieren immer noch nicht genügend Heilmittel und Elixiere für alle Leute. Fällt mir gerade mal so auf. Na gut, vier Heilstellen. Das wird schon irgendwie passen. Dann. Er hat schon einiges an Schwertern. Das ist gut. Stimmt, er hat ja auch weiter gekämpft. War ja in der Arena drin. Er kriegt auf jeden Fall ein Elixier. Heave, mein Freundchen. Der, der so ziemlich nix gelernt hat und dumm zur Welt gekommen ist. Aber kann nicht jeder perfekt sein. Vielleicht kann er jetzt in den letzten zwei Kapiteln doch noch ein bisschen was von seinem Skill rausholen. Ich würde es ja feiern. Und jetzt noch für Raph ein Schwert. Stimmt, er könnte noch ein Schwert nehmen. Kriegt er ein Leichtschwert, denke ich mal. Ich glaube, die waren ganz geil, weil man teilweise viermal angreifen konnte. Dann Pent haben wir jetzt schon. Wallace, mein Freund. Mein dicker, harter Kumbane. Wären Weihwasser an sich gar nicht so scheiße. Juck, ich lasse ihn erstmal so. Der hat genügend Items. Hawk, ey. Tauscht sein Heilmittel. Gegen neues, volles. Damit ich wieder mit dem ordentlich loslegen kann. Und Luise. Ist überhaupt noch mein Team mit drin? Ja, die ist mit drin. Gut, dann noch mehr Bögen. Eigentlich habe ich so viele davon gekauft. Nochmal einen Silberbogen. Jo, passt. Noch jemand irgendetwas, was er nicht unbedingt braucht. Dieser Dora. Ja, gut. Eigentlich gefällt mir die Armee, so wie ich sie habe, jetzt schon recht gut. Daher will ich da jetzt nicht weiter rumprobieren. Schauen wir mal auf die Garde. Was haben wir hier so schönes? Wir haben sehr, sehr viele Gegner. Wir haben einige Ruinen, die ich noch besuchen darf. Hier oben ist dann wahrscheinlich das Drachentor. Nein, nur das Tor. Hat Limsteller irgendwas Böses? Ein Fimbul-Winzer, den ich auch bekommen kann. Na, okay. Der Winternaht, mit anderen Worten. Und wir haben drei Ruinen, wenn ich das jetzt so richtig überblickt habe, die ich allesamt sehr gerne besuchen würde. Das heißt, ich müsste meine Armee aufspalten. Da ich viele Leute habe, geht das in Ordnung. Wir geben auf jeden Fall in jede Richtung einen Bogenschützen mit. Das heißt, Luise geht oben mit. Luise ist schwächer. Das heißt, Raph kommt dort als Ersatz auch noch mit dazu. Da Raph reiten kann, mache ich oben allgemein die Reiterformation. Das heißt, auch das Killer geht oben lang. Zusammen mit Lovil und Elliewood habe ich Hawkeye drin. Ja, Hawkeye habe ich drin. Gut, der geht alleine rechts lang. Zack, rechts ist alles tot. Kann ich noch mittig gehen? Ja, Mitte würde auch noch funktionieren. Aber ich denke, die kann ich so sowieso nicht halten. Das heißt, tief geht auch noch oben lang. Das heißt, der Rest geht einfach rechts. Und warum sollte ich mehr als zwei Einheiten Krümpel machen? Die Gegner müssen mich erkriegen und nicht andersrum. Als andere wäre es zu gefährlich. Das speichern wir jetzt erstmal, damit ich das nicht nochmal machen muss. Und los geht's. Merlin, du hast erreicht in der Höhle 2. Oh mein, oh mein. Ah, dort Hector. Dies ist für euch. Das ist ein Erzsiegel. Wir kommen so dazu. Phagos hat mich aufgetragen, es euch zu überbringen. Willst du mir etwas sagen? Der alte Knacker hatte es die ganze Zeit. Er sagt, es würde euch im Kampf helfen. Aber ist es denn wirklich etwas so Besonderes? Und, oh, es ist so wertvoll wie ein Himmelssiegel. Es ist egal, wo wir es einsetzen. Solange wir es nur benutzen. Aha. Du hast Erzsiegel erhalten. Und deine Metall ist voll. Nein, ähm, für einige Einheiten ab Level 10 noch ohne Klassenwechsel. Ja gut, ich habe keine Einheit ohne Klassenwechsel. Ich habe Nils ohne Klassenwechsel. Wir könnten das jetzt Nils geben. Nur mal zu schauen, was passiert. Das heißt, Nils hat gerade das Ding gerade Hector gegeben. Und Hector gibt es jetzt zurück. Grandios. Ja gut, was haben wir überhaupt für Gegner? Wir haben Lanzen. Das ist gar nicht so kacke. Und Silberechse. Wir haben hier die Banditenmorphs, die zu Ruinen gehen werden. Die ich irgendwie halt ausschalten muss, bevor sie da ankommen. Und ich denke, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ich meine, wenn Hawkeye vorgeht, ist der Rest eh schon geregelt. So, ähm, kann irgendjemand nicht allzu weit laufen. Ich glaube, das mache ich erstmal als erstes. Nur um zu gucken, ob es funktioniert. Weil ja, sonst vergesse ich das im Nachhinein. Ha, funktioniert natürlich nicht. Das heißt, ich habe ein Erzsiegel bekommen, was ich nicht benutzen kann. Grandios. Wenn ich mir das jetzt mal so genauer angucke. Eigentlich habe ich doch zu viele Einheiten, um hier... Nicht-Drei-Einer-Gruppen draus zu machen. Nur mal so grob überblickt. Ich sollte vielleicht doch noch ein paar Nicht-Reiter da oben mitschicken. Na gut, geht Penta noch mit. Der wird die bestimmt gut unterstützen können. Da oben kommen auch noch Lanzen und sowas. Eigentlich wäre Einachskämpfer da oben ganz geil. So Isadora, die wir ja vorhin rausgelassen haben, wäre schon nice gewesen. Aber na gut, mal sehen, wo auch die ganzen Gegner nachher noch erscheinen werden. Da werden bestimmt noch einige kommen. Aber jetzt geht es erstmal in den Angriff. Was wir dann dort machen, ist die andere Frage. Ellie wird steht gerade richtig bescheuert. Aber egal. Wie gesagt, es wird schon irgendwie... Jafar kann ich an sich so nicht gebrauchen. Da rechts unten sind eigentlich meine richtig harten Leute. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jetzt oben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jetzt unten. Komm, schicken wir hier Jafar noch oben mit lang. Vielleicht kann er ja irgendetwas ausrichten. Wäre ja schön. Für ihn und für uns. Hast du irgendwo eine gute Waffe? Stahlburg aus Größe, das ist schön. Bis Killer halt zur Heilung hinterher. Ah, Pins kann ja auch nochmal zusätzlich heilen. Dann ist das natürlich alles geritzt und geregelt. Mal sehen, was der Gegner jetzt so macht. Natürlich, der versucht zur Ruine zu kommen. Das heißt, ich muss den... Alter, muss ich da schnell sein? Fuck this shit. Der ist innerhalb von 2, 3 Runden ja dort. Gut, dass ich jetzt direkt nach vorn gesportet bin. Aber ich glaube, ich habe die falschen Richtungen genommen. Zumindest um diesen einen Typen zu kriegen. Also der hier ist ja relativ schnell da oben. 2, 3 Runden. Ich hätte hier durchrennen müssen, um den zu kriegen. Aber warte! Wir haben doch hier Ballisten. Die stehen überall rum und ich bemerke sie nicht. Dann wäre ich die nächste Runde dort, könnte fahren. Weil ich komme ja hier drüber definitiv nicht schnell genug dort unten hin. Das heißt, ich musste hier oben jetzt mal ganz kurz geschickt ignorieren. What the... Okay, da kamen gerade zusätzlich Gegner, als ich diese Schranke durchgelaufen bin. What the fuck? Was ist denn hier los? Jedes Mal, wenn ich durch diese Burg gehe, kommen neue Leute, oder wie? Stell ich mich so bescheuert, dass die da random kommen, wenn ich auf diesen Punkt gehe? Oder kommen die einfach, wenn ich so weit nach vorne rücke? Wahrscheinlich ist hier so eine Linie. Und hier so eine Linie. Und wenn ich da durchlaufe, kommen halt neue Leute. Und ich, schlau meier, bin halt durch alle auf einmal durchgelaufen. So, bis wohl kommt Nils. Ich habe mich ja komplett vergessen. Der passt sogar perfekt dorthin. Das heißt, Nils läuft da kurz oben mit lang. Was würde das hier machen? Beteiligung und Resistenz. Treffer-Quoting. Nee. Luise muss nochmal laufen. Ah, shit. Das könnte knapp werden. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mache. Momentan mache ich nur Bullshit. Das ist allerdings auch nichts Neues. Ich hoffe mal, dass dieser Bullshit sich am Ende auszahlt. Und ich einfach genügend Glück habe, hier irgendwie durchzukommen. Und dass keiner schnell genug, weit genug reitet. Hier sieht es gut aus. Hier sieht es gut aus. Das Problem ist halt, oder das Vorteilproblem, ist, dass es Ewigkeiten dauert, bis die Gegner bei mir sind. Dementsprechend sollte ich mich eigentlich positionieren. Aber ich muss mich ja beeilen, um diese ganzen Punkte da oben irgendwie einnehmen zu können. Das Killer ist noch nicht voll, weil er sich ja unbedingt entwickeln musste. Ich bin ziemlich sicher, dass alle, die gerade gespawnt sind, direkt losrennen werden. Das heißt, ich muss jetzt auch noch von hinten und von vorn verteidigen. Naja, zumindest den können wir schon mal abfangen. Problem Nummer 1, wie zu erwarten, von Hawk A gecleared. Ich finde es gerade ein bisschen komisch, dass der Gegner sowohl treffen kann, als auch viel Schaden macht. Das heißt, ich darf nicht YOLO-mäßig da reinrennen. Von wegen, you only Leroy Jenkins want. Wie soll ich denn die Ruine bitte kriegen, wenn hier vier von diesen Vollpfosten spawnen, die die alle kaputt machen können. What the fuck? Muss ich einfach hoffen, dass die ja nicht reinrennen, oder wie? Ganz toll, hoffen und beten, dass man sich am besten kann. Jetzt habe ich hier unten fünf an. Habe ich nicht gerade noch acht gezählt? Zwei, vier, okay, sechs, aber, ach du Scheiße. Bullshit Alarm, Bullshit Alarm. Zino macht wieder noch Kacki. Okay, die rennen weiter. Das geht in Ordnung, das finde ich schön, das finde ich... Der eine bewegt sich komisch, der Rest macht alles so, wie er es machen soll. Jetzt kommen da Wyvernreiter ohne Ende. Jetzt kommen da Ritter, da kommen Magier. What the fuck? Wer will mich da jetzt gerade nicht töten? Können wir das auch so machen, sobald die Leute einen Schritt in meine Richtung machen, dass fünf neue Einheiten von mir spawnen? Ich meine ja nur, das wäre toll. Oh mein Gott, eine Sonnenfinsternis greift mich an. Mit null Prozent Schreiber aus zwanzig Schaden. What the fuck? Also die Typen sind echt gut darin, ihre Leute im Gras zu verstecken. Das muss man ihnen lassen. Respekt dafür, aber... Ach du Kacke, der hier muss so schnell wie möglich sterben. Der macht ja an den meisten One-Hits. Problem ist, so schnell wie möglich sterben ist es ein bisschen schwierig bei den Einheiten, die hier auf mich zukommen. Ich denke, Luise sollte hier erstmal fahren und auf jeden Fall angreifen. Und zwar auf den da. Das reicht nur in drei Runden aus. Egal, komm, schieß. Hauptsache Schaden an dem. Okay. Ich habe zwar hier unten schon zu wenige, aber ich denke, ich sollte da oben doch noch ein paar mehr positionieren. Ich könnte Hiva vorne schicken und sagen, stirb halt. Auf jeden Fall muss ich hinter mir verteidigen. Aber die kommen diese Runde noch nicht ran. Das heißt, ich kann auch erstmal vorne verteidigen, weil die kommen diese Runde nämlich ran. Und Nils kommt nicht weit genug. Fuck. Und irgendeiner von denen fernkampfmäßig angreifen. Okay, der kommt ran. Effektiv kommt bloß einer ran und ein One-Hit-Töter, wenn er halt trifft, der allerdings nicht so häufig treten sollte. Das heißt, ich muss bloß Luise verteidigen. Da müsste Lovyn eigentlich mehr oder minder ausreichen. Mit nem... Nicht nem Schwert, weil da kommt so viele Lanzen-Spackos an. Der kann die Dinger ja nicht bemannen. Und der Rest kommt jetzt eigentlich auch mal überhaupt nicht... Überhaupt gar nicht an mich hier ran. Der kann jetzt bis dorthin angreifen. Der bis dorthin... Ja gut, dann hoffe ich mal, dass Lovyn das hinbekommt. Das muss ich natürlich auch noch wegen den gleichen Typen hier unten aufpassen. Ja gut, dann schicke ich Karel da oben als Unterstützung gegen Lanzen. Der muss nur einmal böse getroffen werden, das war's. Ich schicke den hier hin, um die so ein bisschen zu spalten, die Gegner mit nem Würm-Töter. Hock, ey, muss in der Zeit dann hier vorne halt mal doch YOLO-mäßig reingehen. Ach, vorsichtig komplett YOLO. Der stellt sich hier hin und fängt die halt einfach ab mit der Eisenachse. Das wird schon... Naja, mit der Kriegerachse, vorsichtshalber. Wird das schon irgendwie passen. Dann Wallace... Wenn ich hier jetzt mitrückele, wird die Eclipse den angreifen. Aber vielleicht überlebt er das, das wäre schon mal sehr schön. Also ich könnte jetzt im nächsten Zug direkt sterben. So, Angriff und Tod. Oh, das könnte ziemlich wahrscheinlich sogar passieren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich angreife, weil ich ja auch nicht so weit komme. Und wenn ich den jetzt hier hochschicke, Hiv, ist ja tot wie in den ganzen Bogenschützen. Apropos Bogenschützen. Ich sollte vielleicht anfangen, ein paar von denen zumindest schon mal so ein bisschen wie aus dem Gefecht zu nehmen. Der kommt am weitesten. Das heißt, ich stelle Reff hier hin. Mit dem... Ja, da weicht er eher aus. Geht in Ordnung. Oder ist Silberbogen noch besser? Weicht er genauso häufig aus. Hat mehr Schaden. Schaden reicht. Der wird schon töten. Der braucht kein Krätsch dafür. Hoffe ich mal. Jetzt muss man so ein bisschen mit rein. Pennt das gleiche Problem. Also das ist die gleiche Aussage. Obwohl, ne, Pennt kann eher sich schon mal bereit machen anzugreifen. Das ist hier ein Kamm, ein paar Gegner, ne? Ah, das ist nur Magier. Ich stelle mal hier hin. Nimm das mal dahinter mit einem Manikati, damit es ausreichen kann. Hiv bleibt dort. Eliwood ist auch ganz freudig. Und das Killer in der Mitte, die gleich ganz, ganz, ganz viel zu heilen haben wird. Und jetzt geht die wilde Farce los. Okay, schauen wir mal, wie schlau oder beschissig meine Leute platziert habe. Hawkeye hat schon mal Schaden bekommen. Macht dafür auch einen One-Hit-Kill mit der Kriegeraxt. Okay. Vielleicht ein bisschen doof, die ganzen guten Waffen jetzt schon zu verbrauchen. Nein! Er hat sich da gerade die Ruine reingestellt. Ich wusste doch, einer von denen wird irgendwas Böses machen. Heißt, ich habe die eine Ruine schon mal verkackt. Ja, sehr nice. Der Meisterlanze ausgewichen und zack, geköpft. Das Problem ist, wenn der Wivan angreifen konnte, kann jeder... Andere das auch. Ah, okay. Oder sie geht auf Hawkeye. Habe ich noch nichts dagegen. Hawkeye, was ist mir da los? Hast du heute ein Tief? Kann ich dir ein Liedchen singen? Kann ich... Gute Nacht dir zuzwitschern? Warum weichst du bei 20% nicht aus? Mach's wie Lovin. Der hat 30% und denkt sich, fuck it. Scheiß auf den dritter Tod. Ich mach dich tot. So, jetzt nehmen wir seine Waffe jetzt. Der Ich-Mach-Dich-Tot. Punkt. Mehr braucht es da nicht an Coolheit, nes? Das sind einfach so viele. Ich hoffe ja einfach, dass die nach der ersten Runde alle tot sind. Momentan sieht es ganz gut aus, mit dem ich ausweiche, wie ich angreife, wie ich Leute umbringe. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt die nächsten paar Schritte hier nach vorne gehe, werden wieder tausende von mir sterben. Daher, also tausende neue Gegner erscheinen. Daher freue ich mich jetzt noch nicht übelst darüber. Und vor allen Dingen werde ich von drei Seiten auf einmal angegriffen. Und von jeder Seite sind einfach mehr Leute da, als ich habe. Ich glaube, den Gedanken, Erfahrungspunkte zu sammeln, kann ich momentan ein Stückchen nach hinten stellen. Der ist nicht mehr so wichtig. Ist es wirklich wichtiger, dass alle irgendwie überleben. Okay, die Silberlande trifft. Das war ein Wyvernlord, der darf treffen. Der ist stark. Auch wenn es wieder nur 40% waren. Ich würde ja sagen, man kann nicht immer ausweichen. Aber einmal wäre halt schon grundsätzlich ganz schön. Und ich habe ja noch sehr viele Leute hinter mir. Shit, da habe ich nicht aufgepasst. Da greift sogar zweimal an. What the fuck? Okay, okay, jetzt kommt das Böse. Jetzt kommt das Böse. Jetzt kommt das Böse. 34% Trefferschance. Macht auch nur zwei Schaden. Aber ja. Nice. Deswegen habe ich dich zum Weisen gemacht. Nicht zum Bischof. Zum Weisen der Weisigkeit, weil der Typ ihn mit einem Starschwerter angreift. Ich sollte vielleicht die Gegner erstmal durchlesen, bevor ich meine Einheiten da positioniere, wo ich denke, dass es schlau ist. Das war jetzt zum Beispiel nämlich doof. Aber die restlichen sollte er eigentlich töten. Er ist ausgewichen. Also alles gut, alles schön. Hoffen wir mal, dass er die restlichen Typen tötet. What the fuck war das? Du hattest 73% Wahrscheinlichkeit zu treffen und du hast zweimal verfehlt. Ach du Scheiße. Also in der Mitte lief es besser als gedacht, aber hinten und vorne läuft es überall an Problemen. Okay, Raph hat jetzt momentan fünf Gegner vor sich. Wo Pent jetzt nicht rankommen kann. Also die Mitte ist relativ geklärt. Das ist schon mal schön. Bin ich äußerst erfreut drüber. Die kann ich auch nicht wegschicken, weil die Typen das da platt machen müssen. Das heißt, ich muss Anywood und Coca-Gay jetzt wieder ein bisschen mehr meine Angriffe mit einbeziehen. Ja gut, mit der Eisenklinge, da ist der Typ ich schon mal tot. Das heißt, Eclipse Master, schöner Schrei des Pferdes, an die Gegner getötet. Heißt, der ist schon mal weg. Bin ich erleichtert. Ein Problem, ein großes Problem weniger. Edelmann wird sehr viel stärker, finde ich auch gut. Und Nosferatu bekommen. Kein Schwein kann das von mir benutzen, aber Hauptsache ich hab es. Ähm, Nuise. Sollte, kann die von hier aus? Nee, die muss erst mal fahren und dann angreifen. Kann sie jetzt da hin? Ja, siebze Schaden wird sie machen. Und easy. Der ist tot. Sehr gut. Das heißt, wir haben ein Problem Bandit auch geklärt. Jetzt muss ich nur noch die restlichen paar Typen hier töten, die zwei Stück. Und der, der kann eh bloß starke Leute angreifen. Macht sich also selber platt und kann mich dann um hinten kümmern. Okay. Ähm, Heave als Antibogeneinheit sollte hier vorne irgendwas richten müssen. Was er natürlich nicht hinbekommt. Zumindest nicht alleine. Dann hab ich hier noch Jafar, der hinten angreifen könnte. Lindus könnte nicht hinten angreifen. Das heißt, sie darf auch versuchen, irgendwie Schaden zu machen. Was sie natürlich auch nicht hinbekommt. Was hab ich hier für Luschenlang geschickt. Scheiße. Okay, kann Jafar irgendwas gegen den machen? Mit dem Schnitter vielleicht. Fast 50-50 Chance. Und das ist mein Jafar. Jafar. Sehr nice. Damit ist der weg. Obwohl Jafar halt hätte hinten angreifen können. Das hab ich mir jetzt sowas von verspielt. Das heißt, ich muss Pent nach hinten schicken. So als einzigen, der sonst noch irgendwas erreichen kann. Das heißt, Lindus und Heave müssen da drüben jetzt irgendwie aufräumen. Mit dem Manikati schafft sie das auf jeden Fall. Das ist gut. Und kriegt selber vielleicht nicht mal Schaden. Ah, sehr schön gemacht, Lindus. Das heißt, sie kriegt auch den nächsten Schlag vielleicht ab. Kann den aber gut abkriegen. Also hält den ab, ohne zu sterben. Bei 32 Schaden wird hier keine Waffe des Gegners direkt machen. Wehehe. Glück um eins. Schön. Hier ist ein normaler mit einer Meisterlanze. Fuck, das könnte doch mehr wehtun als gedacht. Aber okay. Jetzt wegen hier hinten. Wie viel Schaden würde er denn rein theoretisch machen? 16 hier ebenfalls. Das sind alles dieselben, wie es aussieht. So mehr oder minder als normalen Soldaten. Mit Stahlbogen, Stahlschwert. Das heißt, Rafter hinzustellen war vielleicht nicht die beste Idee. Aber mit einem Langkuchen macht das zumindest genügend Schaden. Das heißt, wir können schon mal einen hier jetzt erstmal aus dem Konvoi raushauen. Aber warum sollte ich denen entgegen gehen? Warum sollte ich jetzt angreifen? Natürlich, die haben Schwerter und machen viel Schaden. Aber rein theoretisch gegen die Bogen-Heinis, weil zwei Bären auf jeden Fall versuchen mit Bogen anzugreifen, ist es doch relativ schlau, mit meinem eigenen Bogen zu kontern. Das heißt, ich benutze jetzt erstmal die Heilung. Dafür habe ich Nia. Damit ist der Raft nämlich wieder voll. Benutze Nia, damit das Killer weglaufen kann. Er setze pennt auf die Burg mit seiner Magie, weil der ja auch im Nahkampf angreifen könnte. Und hoffe dann, dass das ausreicht, die Leute irgendwie zu töten. Oder zumindest abzuhalten. Die Hinteren werden dann wahrscheinlich sterben, durch den Bogen, der zurückschießt. Und die Vorderen, ja gut, die leben, können aber nächste Runde angegriffen werden. Ohne mich irgendwie selbst in Gefahr zu begeben. Ich hoffe, dass der Plan so aufgeht. Das heißt, Postkiller geht dorthin, Pen stellt sich dahin, Elfenlicht passt und wartet. Und Heath, Heath Ledger geht hier in die Mitte und guckt sich das Ganze ein bisschen so wie an. Dann brauche ich hier links Verstärkung, unten, eigentlich unten Verstärkung. Das heißt, Loven geht hier hin, um ein bisschen eleganter agieren zu können. Und jetzt kommt der Batzen. Ja, was mache ich gegen die? Hier ist eine Silberachse, wird starker, eine Silberlanze, ist auch nicht schwach. Und der Rest sollte Kanonenfutter sein, bis auf den hier. Das heißt, gegen die Achse benutzt man normalerweise ein Schwert. Ähm, Wodau ist immer noch fast kaputt. Das heißt, das Silberschwert reicht hoffentlich aus. Ja, 0% Trefferchance. Und ein kritisch nah reingehauen. Sehr nice, Karel. Richtig, richtig geil. Endlich wieder eine gute Nachricht. Karel ist einfach OP. Ähm, okay, ist natürlich jetzt fast tot. Okay, fast tot ist bei dem relativ, aber vergleichsweise fast tot. Er sollte das aber trotzdem hoffentlich aushalten. Oh, warte, ich habe noch Hector. Mit einem Wolfball, was eigentlich eine sehr, sehr starke Waffe ist. Sehr schön. Bäm. Ab mit dem Kopf. Sowohl dem des Reiters, als auch dem des Pferdes. Simultan knallen sie zum Boden. Und jetzt kann sich Hawkeye hierhin stellen. Und besser hierhin, als weniger Seiten von denen angegriffen werden könnte. Und Hawkeye macht mit der Eisenachs niemanden One-Hit tot. Egal, die Eisenachs muss langsam mal weg. Ich hoffe einfach, dass er jetzt mit dem Ding ausweicht. Erstmal kommt er kritisch. Gut. Mach halt, Hawkeye. Du musst uns nicht drüber unterhalten, dass du einfach OP bist. Und Wallace kommt sogar dorthin, wo er letzten Endes absolut nichts kann, außer dastehen. Aber das macht er gut, schön und äußerst elegant. So, Manus habe ich jetzt mit Absicht da reingestellt, weil der eine ziemlich hohe Ausweichrate haben müsste. Dann können wir die hinterher setzen und der nächste Angriff kommt. Die meisten sind jetzt schon nicht tot, aber größtenteils weg. Jetzt müssen nur noch die üblichen gebliebenen Einheiten von mir zeigen, was sie können. Warum sie meine Armee sind. Und dann sollte das auch irgendwie klappen, denke ich. Habe ich das Schlimmste erstmal überlebt. Alter, war das eine Armee von Gegnern. Das ist es immer noch, gerade hier unten. Und ich will Hawkeye nicht verlieren. Und der hat vielleicht gerade einen schlechten Tag erwischt. Und deswegen muss man doch nicht gleich sterben. Deswegen habe ich ihm ja die Eisenachs gegeben. Die Eisenachs ist so die leichteste von allen Waffen. Deswegen hoffe ich, dass die auch am besten durchhält. Und... Das gibt eine böse Schnittrunde. Aber nichtsdestotrotz. Sehr schön gemacht, Tektor. Der braucht sogar noch Erfahrungspunkte. Äußerst gut taktiert von mir. Er hat, wie gesagt, er greift Meldos an. For the bye. Das heißt, ich kann auch den Bäcker nochmal benutzen, die so ein bisschen schießen kann. Und der Rest hat Lanzen gegen meine Axtkämpfer. Alles chillig rechts unten abgehakt. Den Kampf können wir jetzt noch schnell ablaufen lassen. Alle, der tot, nix lebt. Alles brennt. Hoffentlich links. Hoffentlich da geht jetzt wirklich alles in Flammen auf. Immerhin steht Pent da. Mit seinem Elfenlicht. Wäre doof, wenn jetzt dort noch Probleme dastehen. Aber ich glaube, da hatte ich als einziges wirklich einen Plan. Und da habe ich nur Leute hingestellt. Gut, ich habe effektiv Leute hingestellt. Aber die Leute mit einem Plan dahingestellt. Weiß nicht, ob der Plan gut war oder nicht. So, den Schaden hatte ich mit einkalkuliert. Drei Stück. Okay. Das heißt, jetzt könnte theoretisch noch einer dort von der unteren Seite anklären. Ich hoffe, der geht auf Pent. Macht er leider nicht. Aber da wir auf einer Burg stehen, kriegen wir auch weniger Schaden. Deswegen nur drei, sonst wären es wieder sechs gewesen. Und jetzt kommen die Burgenschützen. Mit Rath auf der Burg. Der also hoffentlich auch zweimal trifft. 81%. Kritischer Schlag genau zwischen die Arschbacken. Der wird nie wieder fröhlich reiten können, der Gegner. Und dann noch einer auf Pent. Ja gut, der hat verkackt. Der hat sich jetzt halt einfach den falschen Gegner ausgesucht. Kann ich letztendlich auch nix für. Es kommt halt einfach so. So schlups. Oh, fuck. Falscher Gegner. Ich bin tot. Muss auch nur einmal nicht aufpassen und schon ist es soweit. Und Pent hat auch noch ein Level abbekommen. Finde ich auch sehr schön. Es kommen noch mehr Banditen. Alter, ich dachte gerade, da hinten erscheinen auch noch Gegner. Jetzt jagt mir doch nicht so eine Angst ein in so einem Moment. Okay, wie gesagt, Rebecca haben wir jetzt extra hier hingestellt, damit sie mit dem Eisenbogen kurz so den Drachen vom Himmel holen kann. Manche Leute brauchen da schwarze Pfeile für und haben Angst vor. Ich bin Feuer. Ich bin tot. Unsere Rebecca nimmt den Eisenbogen. Zack, zack, tot. Ja, sorry, sorry. Passiert mir halt eine doppelte Lottchen. Da fallen solche Drachen halt mal schnell vom Himmel. Und kommst du weit genug? Sarah kommt sogar weit genug. Unsere Sarah Connor kann halt auch nochmal heilen. Sarah, wie wird das? Mit dem jungen Jenkins, wo der junge Jenkins meinte, nein Papa, ich kann das nicht machen. Und sein Vater, bist du Jenkins Kahn oder Jenkins Kahn? So entstand die Geschichte von Jenkins Kahn. Er kann halt alles. Und dann jetzt endlich fröhlichst ab in die Ruine. Besuchen wir sie mal. Erzweiser? Lord Hock-Ey? Sophia? Ähm, ja. Es tut mir leid, euch. Verwechselt zu haben. Ich wollte mit dem Erzweisen sprechen, ähm, aber er ist nicht hier, oder? Nein. Ich verstehe. Ähm, braucht ihr dies? Das ist ein Tagesmann. Für die Zukunft. Bitte verliert nicht. Ist das Licht stark genug, kann ich die Dunkelheit vertreiben. Meine Tochter sagt ihr, ich komme wieder. Das werde ich. Hätten wir auch einen Tagesmann bekommen, wenn wir nicht mit Hawkeye hier gegangen wären? Hütte, Resistenz. Ähm, klingt gut. Kann Hawkeye gleich behalten. Und... Blicken wir also die Meister-Apt-Menus. Die ist ja dann nicht komplett verloren. Der Erzweise. Ähm, wahrscheinlich meint sie Arthos damit. Weil Pent ist nur weiser. Aber, na gut. Hätten wir Arthos hier gehabt, hätten wir wahrscheinlich mit denen das besuchen müssen und eine neue Einheit bekommen. Aber, okay. Ist auch nicht so schlimm. Ah, der hat auch einen Wurdao. Na, siehe da. Oh. Okay, Raph kann erstmal hier weiterkämpfen mit dem Kurzbogen, mit dem er vorher nicht getroffen hat. Schafft er auch niemanden zu töten? Er hat ihn mit dem Silberbogen nicht getroffen. Egal, machen wir da nochmal kurz einen Angriff. Eigentlich hatte ich gerade noch eine Idee. Mir ist gerade aufgefallen, dass das so, wie ich es jetzt getan habe, dumm war. Aber, es sollte trotzdem passen. Denn, ich würde jetzt ganz gerne Hief nochmal kurz trainieren. Und, da gleich noch ein bisschen Nils mit einfließen lassen. Immerhin hat der Typik gerade keinen Bogen. Da lohnt sich das hier mit der Stahlanze drauf umzubuchten. Wenn er zweimal trifft, sollte der Gegner auch tot sein. Weil 15 plus 15 gleich 30 ist. Wisst ihr übrigens, was das Problem mit der Mathematik ist? Eines Tages ist das X einfach verschwunden. Und plötzlich hat das ganze Alphabet angefangen nach ihm zu suchen. Und, äh, deswegen, seitdem ist Mathe eher schwierig. So. Easy hat Hief das mal ganz alleine, ohne fremde Hilfe geregelt. Hat sogar fast ein Level Up dadurch bekommen. Und jetzt ist die Frage, wen mache ich platt? Der hat Aura. Aura sieht böse aus. Das heißt, ähm, Luise, du darfst hier unseren Auribus mal einen kleinen, feiligen Besuch abstatten. Ja, zweimal mit der Balliste feuern. Oh, sie macht einen kritischen Hit. Das ist aber langweilig. Nix Besonderes. Also, zack, Headshot mit einer fucking Balliste. Muss man sich erstmal vorstellen. So, Eliwood kann, glaube ich, theoretisch auch Lanzen nehmen. Hat aber keine mit. Das heißt, da stellen wir Lovin hin. Der die Nächsten hoffentlich irgendwie abfängt. Ich hoffe mal, der läuft los. Wenn nicht, darf sich Lovin doch bloß heilen. Eliwood darf auch noch gleich mit geheilt werden. Und jetzt vergesse ich die komplette linke Seite. Aber schaffen die das? Gegen die da? Na, es sind nur Bogenschützen und halt ein paar Helden. Aber mit einer Lichtklinge. Haben wir Jafar mit dabei? Der könnte den Gegner auch bestellen. Na gut, ich probiere es. Neue Auftrennung der Variablen. Nein, der Leute. 4, 5, das geht in Ordnung. Hier unten haben wir auch nochmal ein paar, die absolut gar keinen Widerstand mehr haben. Ah, die kommen dann mit denen zusammen. Das heißt, es ist in Ordnung, wenn ich dort nicht so viele habe. Pent fehlt noch. Der darf direkt mal weiter nach vorne gucken. Pent ist so der einzige aus der Truppe, dem ich es zutraue, dort alles wegzumachen. Jetzt muss ich auch noch beeilen. Ich habe gerade gesehen, wie der Typ, der da oben losgelaufen ist. Oh mein Gott, 40% Kritik-Chance. Und wenn er kritisch macht, macht er null Schaden mal treu. Nein. Wie angsteinflößend. Was mich aber wieder dazu bringt, dass ich mit Luise, wenn die Balliste so weit kommt, den Typen da oben, bitte so schnell wie möglich einen Headshot geben sollte. Weil der hat keinen allzu weiten Weg mehr. Kommt die so weit? Ähm, sieht nicht so aus. Dann macht er zunächst da drüben ein bisschen Schaden. Vielleicht hilft das irgendwie irgendwann noch. Warte mal, nein. Ich schicke einfach nur mehr Verstärkung da lang. Die werden ja eh gegen Gegner treffen. Ich bin aber nicht so schnell da oben. Da kann ich machen, was ich will. Ich habe zwar Nils dabei, aber auch mit dem wird das nichts. Hat nicht irgendjemand Teleport? So Pent zum Beispiel. Hat Teleport. Was macht das? Teleportiert Freund auf anflanzendes Feld. Okay, nein, das sollte andersrum funktionieren. Das heißt, ich muss mich jetzt echt beeilen, da hochzukommen, weil ich zu viel hier unten rumgetümpelt habe. Das ist äußerst fucking logisch. Zwei Schritte werden nach vorne. Kann Nils da helfen? Es reicht ein Schritt. Dann soll das in Ordnung gehen. Dann kann er sich hier entstellen und warten. Bis dahin kommt nämlich dann Nils da. Obwohl, einfach ein Schritt nach vorne hätte absolut ausgereicht. Ich glaube, das war gerade dumm, was ich getan habe. Ich glaube, es war absolut dumm. Aber es wäre ja auch nichts Neues. Ja, nein, ich komme jetzt ran. Perfekt. Angriff, Elfenlicht. Ins Gesicht. Ich glaube, es ist mit Absicht so gemacht, dass ich Elfenlicht und ins Gesicht perfekt reite. Das muss einfach sein, weil was anderes macht der Angriff bei Pent nun mal nicht. So, das heißt, die sind jetzt alle diese Runde tot. Das heißt, nächste Runde kommen wir bis hier hin. Das wird verdammt knapp. Um nicht zu sagen, nicht möglich. Aber nichts ist unmöglich. Ka-ja-ja. Schauen wir mal, wie schnell meine Einheiten sind. Und vielleicht fällt mir auf dem Weg nach oben noch irgendwas ein, wie zum Beispiel, dass ich Heave hier rechts lang schicken könnte. Bis vorhin kommt die Bogenschützen. Dahin. Logischweiß auch bis dahin. Punkt Merten. Heave dahinter stellen. So. Weiter kommt nämlich Heave nächste Runde bis hier hin und übernächste bis dahin. Es wird trotzdem unheimlich knapp. Um nicht zu sagen, unmöglich. Aber, wie gesagt, wenn es unmöglich ist, werde ich es mitkriegen. Ansonsten mal sehen, wenn wir wieder... Ne. Wie gesagt, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Vielleicht passiert ja irgendein Wunder. Der Typ hier schläft ein oder wird woanders hin teleportiert. Kann ja sein. Der Typ hier wird erneuert. Genau. Warum nicht? Kann ja sein. Und dann hat er keinen Bock mehr zu kämpfen. Vielleicht erscheint erzweiser Athos und macht den Typen platt. Das wäre mir doch irgendwie am liebsten. Muss ich jetzt mal so ehrlich sagen, wie ich nun mal bin. Aber der wird nicht wegen eines Banditen hier auftauchen. Scheiße, ich habe mich einfach viel zu sehr auf den rechten Weg konzentriert. Das ist in unserer heutigen Zeit eh zu viel das Problem von vielen Leuten. Aber ich habe mich diesem rechten Zug mal angeschlossen, um jetzt feststellen zu dürfen, ein bisschen mehr links bis ein bisschen mehr nach oben wäre schön gewesen. Gut, wenn ich mit Heave eher auf Angriff gegangen wäre und eher nach oben, anstatt hinten jetzt die Erfahrungsgründe zu sammeln, mir ist es einfach zu spät aufgefallen. Aufgefallen. Fuck. Das fasst es so am besten zusammen. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich, mich auch auf andere Sachen zu konzentrieren. Rechts sieht sie ja auch grundsätzlich ganz gut aus. Sie sind so gut wie bei der Endgegnerin angekommen. Es sind kaum noch Leute dazwischen. Ich hoffe einfach, dass Pent jetzt alle platt macht. Also, gut, es ist Pent. Die Gegner treffen zu nicht mal 20% und würden 11 Schaden machen. Also selbst wenn sie mich treffen würden, müssen sie viermal Pent treffen, bis der jeden Tod gegen Würde. Da nur drei Gegner da sind, verkackt. Vielleicht treffen sie mich zufällig einmal. Aber selbst das ist unwahrscheinlich. Ja. Toll. At least you tried. It's something. Was richtig mies wäre in dem Spiel, wäre, wenn ein Pfeil an jemand vorbeifliegt, das dann vielleicht die Person dahinter treffen könnte. Und das wäre eine geile Erneuerung, die allerdings äußerst ungünstig für mich wäre, weil immer so die erste Person ausweichen würde und die zweite würde dann halt getroffen werden. Ich nehme alles zurück. Rechts haben wir ein Ballistenproblem, was auch nicht allzu schön zu beheben ist. So, jetzt komme ich bis hier hin. Mit Hief. Und der kommt nächste Runde. Der Hasch und rein. Fuck. Und der hat Säuberung. Ich glaube, ich kann Hief gleich wieder fröhlichst zurückziehen. Ah, fuck. Dann wird das echt nichts. Die kommt hier auch wirklich nicht rüber. Und die kommt auch nicht so hoch. Fuck. Na gut, dann können wir hier nochmal eine Balliste draufschießen. Hauptsache noch irgendwie Schaden machen. Oh, die Balliste hat zerbrach. Wer bauten solche gottverdammten kaputten... Ich habe eine Idee. Die kam zu spät. Scheiße. Ich hätte jetzt hier mit Penn Teleport machen können. Dann wäre Luise mit der Balliste dorthin teleportiert worden. Und ich hätte mit der Balliste auf den Typen schießen können. Und allgemein hätte ich Teleport machen können und wäre weiter vorn gewesen. Ich bin so ein Idiot. Die Idee kam mir jetzt zu spät. Was auch immer da oben drin war, es war bestimmt äußerst selten und ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Fuck. Obwohl der Bandit gerade eben da unten die Ruine auch nicht zerstört hat direkt auf Anhieb. Also bei dem stand Morph und bei dem Typen hier steht auch Morph. Also es war auch genauso einer. Vielleicht nur sie hat zwei Runden, ne. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Na gut, Jafar darf erst mal hinterher gehen. Dass du eine Lichtlinke kriegst, ist jetzt auch eher unwahrscheinlich. Dafür bist du leider zu weit weg. Die sind einfach alle viel zu langsam. Ich bräuchte schnelle Reinheiten. Das ist das, der Clou zum Sieg. Also nicht das Clou, sondern der Clou. Es ist ein Unterschied. Wissen viele nicht. Viele Kacken in den Clou rein. Aber doch durchaus ab und zu gibt es da ein paar feine, aber kleine Unterschiede. So. Der steht erstmal dort. Und wohin kommt denn der? Der kommt so ziemlich überall hin. Aber ich denke, wenn ich ihn an Merlinus rankommen lassen würde, würde er Merlinus angreifen. Der natürlich wieder ausweicht nach meiner momentanen Theorie. Was mir einiges an Zeit und Möglichkeiten verschaffen würde. So. Erstmal Elliewood als Schlussstrich hinterherziehen. Warum auch nicht. Während die jetzt langsam sich überlegen, sie könnten mal angreifen. Oh mein Gott. Okay. Selbst wenn Heave da oben jetzt nicht an die Ruine rankommt, kann er immer noch die andere machen. Nein. Das Dorf wurde angegriffen. Was für ein Lärm. Ich dachte, ich könnte hier auf der Insel des Grauens den Schlachten entfliehen. Weil der Name da so schön passt. Es scheint, als hätte mich meine Vergangenheit eingeholt. Oh nööööö. Jetzt habe ich tatsächlich den Typen verloren. Aber immerhin war ich tief einmal aus. Immerhin. Fuck, ich wusste, dass es den Typen hier gibt Ich wusste bloß nicht, wo Und scheinbar habe ich es jetzt verkackt Na gut Wesensweise weiß ich, dass ich kein Item verloren habe Den Typen habe ich wahrscheinlich eh nicht benutzt Ist jetzt schade, so eine Einheit zu verlieren Effektiv kann ich da was für Und zwar mein fehlendes Interesse an dem oberen Dorf Aber na egal Sowas muss man halt mal machen, um aus seinen Fehlern zu lernen Und jetzt ist die Frage Wird Heave meinen Angriff nach vorne überleben? Es sieht gerade noch mittelmäßig gut aus Ich habe zumindest alle Gegner soeben aufgeschreckt So könnte man es nennen Oh nö Hi Bros, wassup Natürlich was Abi ist ganz schön hart ab 14, 28 Kriegerbogen Ja, ich muss den Kriegerbogen nehmen 4 Treffer, dann ist der zumindest Weg Dankeschön Ich hatte schon Angst, dass du nochmal verziehen könntest Gut, 74% 3 von 4 Schüssen treffen Das war mathematisch leider korrekter, als ich es gehofft hätte Hier für eine Silberlanze Ernsthaft Ja, muss ich benutzen Ich habe davon ja theoretische Merlinus noch genügend Kann Merlinus jetzt eigentlich auch selber handeln? Ernsthaft, hast du gerade Ach okay, der Gegner hat nicht getroffen Alles gut, ich habe kurz nicht hingeguckt Ich habe gerade überlegt, ob Merlinus wie gesagt handeln kann oder nicht Das muss ich gleich mal ausprobieren Habe ich bisher tatsächlich noch nicht getan Ich weiß Ich glaube zu wissen, dass er das Zelt das nicht konnte Aber da man ihn jetzt ja steuern kann Er kann immer noch nur warten Na gut Dann soviel zu dem Thema Wenn das Dorf da eben eh kaputt ist Da oben eh kaputt ist, kann ich ja auch zurückgehen Wer konnte jetzt alles angreifen? Du Und die hier unten hat eine ziemlich große Reichweite Sonja auch Die kommt aber nicht zum Dorf Der könnte dann wieder Ballistisch schießen Kommt dann aber auch nicht ran Und der ebenfalls nicht Das heißt Rief ist bis auf den Typen mit der Säumung da oben hier rechts sicher Und kann mal besuchen Keiner Hm? Was ist das? Setzlitanein Erhöht Ausweichrate eines Verbündelten für eine Runde Wey, doch was für den Nielser Können wir kurz die zwei Dörfer tauschen? Damit ich das bekomme Was ich wirklich bekommen wollte Na gut Hier hat man bestimmt irgendeine Heilerin Der Skiller darf sich ihrer Aufgabe mal kurz bewusst werden Das heißt ich hätte drei Ringe für Niels Oder Tanzmöglichkeiten Grundsätzlich nicht schlecht Also habe ich nichts dagegen Dann können wir den vielleicht sogar noch häufiger benutzen Ist zwar nicht der stärkste Charakter Man muss halt immer und überall auf ihn aufpassen Aber das ist bei Hief ja gerade nicht anders Und den will ich trotzdem benutzen Daher ist Niels wahrscheinlich sogar noch effektiver Verdammt Ich wollte Niels benutzen damit Jafar Sachen klauen kann Ne ist jetzt zu spät Das ist halt die Lichtlinge Das heißt Pent sollte eigentlich äußerst effektiv sein Ach er kriegt null Schaden Das ist jetzt aber eine Schande für den Gegner Dass er die Lichtlinge auswählen musste Könnte man ja fast als taktischen genialen Plan von mir bezeichnen Der es aber leider absolut nicht ist Hätte ich das absichtlich gemacht Wäre es geil gewesen Aber so naja Zufall Glück Hat sich halt so ergeben So Rev darf sich mit dem Eisenschwert mal dahinter stellen Okay Leichtschwert von mir aus Ich habe übrigens jetzt gemerkt Dass das Leichtschwert absoluter Bullshit ist Ich dachte früher Dass es so gewesen wäre Dass man damit viermal angreifen konnte Ist ja nun nicht so Du darfst hier aussteigen Und nachher weit nach oben laufen Fand ich das früher guter Aber gut Ist das jetzt schlau Hockey dahin zu setzen Ja Er darf sich vorher noch mal heilen Wir kommen jetzt auf den Fackelt Ich stehe ihn neben dem Gegner Und teile ihn Und der Rest darf jetzt so langsam Aber sicher nachlaufen Die dürften recht wahrscheinlich eh allesamt nicht getroffen werden Darauf spekuliere ich jetzt einfach mal Das Ganze ein bisschen voranzutreiben Ich habe jetzt genug gehofft Genug gebetet Hat nicht funktioniert Jetzt darf man auch ausnahmsweise mal ein bisschen aggressiver an die Sache rangehen Da fehlt noch eine sechste Hesse Zahl des Teufels gehabt Mein Mörfchen Aber so Bist du einfach mal Nix wert Apropos nix wert Ich muss mal kurz was trinken Warum das was mit nichts wert zu tun hat Aber egal Das passt schon In der Zeit Dürfen meine Einheiten hier fröhlich Weiter schlechtern Das ist eh das was die am liebsten machen Ansonsten wären sie nicht so stark Das ist entweder Du willst töten Oder du willst nicht töten Und wenn du töten willst Machst du halt mit dem Gegner Der 3 KP hat Den kritischen Treffer draus Nach dem Motto Oh Du kniest vor mir Weil du überall Schusswunden hast Und äh Blutest aus jeder Krippe Halt den Kopf mal still Ich schnacken dir mal schnell ab Das erlögt dich von deinen Leiden Sehr schön Die Merlinus Theorie funktioniert Das heißt die Theorie Der Merlinus Plan Ich wollte gerade sagen Das wäre kritisch gewesen Das wäre Bei 2% äußerst unfair Werden das schaffen würde Allerdings nicht ausgeschlossen Ähm Ja der steht auch nochmal auf Merlinus Das funktioniert einfach so geil Merlinus Beste Einheit Meines Spielstils So Du darfst dann halt Jetzt reicht natürlich Die Silberdance nicht mehr Um dir zu töten Und das reicht auch nicht Dann würde ich sagen Dass ich Wallis mit der Eisenlanze hier Voll der geile Name Wallis mit der Eisenlanze Bester Eigenname ever Und geh einfach mit Rebecca Schonmal dran vorbei Also Einer wird wahrscheinlich Rebecca angreifen Aber die sollte da ja irgendwie Früher oder später Wegkommen Auf Pokerich jetzt einfach mal Wir nehmen wieder Merlinus Taktik Stellen den hier hin Und der Rest läuft schon mal Und die wird auch nach einem Angriff nicht sterben Die hat ein bisschen was drauf Die schafft das Stattdessen Lassen wir Hawkeye hier die nächsten Armeen abprallen lassen Wir lassen Hawkeye die nächsten Armeen abprallen lassen Wir stellen ihn dorthin als Wellenbrecher Wir haben es immerhin Nein ich wollte doch den Typen rechts von mir Fuck Das war ungünstig Aber okay Dann darfst du mit dem Silberschwert Den Gewitter Heidi platt machen Das machst du Wunderschön Kratzil Tauchst du in seinen Genitalien auf Und schnippelst du die Eier ab Ja 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 Das ist schön Das macht Spaß Das ist das was wahre Schwertmeister gerne tun Und ich dachte eigentlich Ich komme jetzt bis zu dem Typen durch Der kann jetzt natürlich Sarah angreifen Was auch nicht so geil ist Solange es der einzige bleibt Oh fuck Ripped Sarah Fuck Sie kann dann wohl bald nicht mehr Aber ich habe ja noch andere Ballisten Vielleicht kann ich da irgendwie Ne scheinbar nicht Verdammt Okay Das heißt ich habe zwei Einheiten In diesem Kampf bereits verloren Und noch ist sie nicht tot Aber sehr wahrscheinlich Reicht denn der Kurzbogen Der Kurzbogen reicht Ich bin echt Eine Runde zu spät da Das ist Nervig Das wird mich auch den Rest des Tages Jetzt noch beschäftigen Dass ich hier zu spät gekommen bin Sonst komme ich immer zu früh In so verschiedenen Ungünstigen Situationen Aber jetzt Bin ich mal zu spät Auch eine Erfrischende Neuigkeit Okay solange keine Leute Hinter mir kommen Ist eigentlich alles in Ordnung Ich muss jetzt nur wieder vorbrechen Um halt Unser Mr. Clancy Boy Ein bisschen das Handwerk zu legen Während Tief sich erstmal Ordentlich heilt Vor allem wenn irgendwo eine Heilung In der Nähe ist Die eine ist eh gleich tot Die andere Ist zu weit vorne Und durch diese ganzen Gebüsche und Bäume Sind meine Reitereien Noch viel zu langsam Hätten sich auch eher mal bedenken können Okay wie sieht es da unten aus Dass es jetzt Gegen Ende nochmal so gefährlich wird Ich nehme mir dein Leben Und deine Quintessenz Alles zum Boden Meines Meisters Und das 21 Schaden Ist jetzt Nicht geil Ich dachte Der hat den Talisman Und würde dann einfach Eiskalt stehen bleiben Aber das war ja Resistenz war Kampf Oder Nee eigentlich war Resistenz Magie Wie schade würde der denn Ohne das kriegen Ihr seht auch Pent ist so ein Bestialisches Monster Was einfach nur töten will Ich meine 2kp Ich brille deine ganze Familie nieder Wegen kritischer Stark Und so Ich gebe wirklich alle auf Merlinus Das ist fast wie eine Krankheit So 2-2 Kann nochmal Genial ausweichen Das heißt Ich könnte theoretisch Ah Eisner ist kaputt Verdammt Vielleicht Du wolltest da irgendwie hinstellen Ja den Wollte ich eigentlich angreifen Jetzt hat er eine Kriegerachs Gut Hork A Macht das halt so Er regelt Auch außerhalb der Regel Er lässt die Gegner einfach bluten Okay und sie greifen zumindest Nicht alles Sarah an Auch der geht nicht in die Balliste rein Vielleicht habe ich nochmal Schwein gehabt Hat Hork A Eigentlich einen Wurfball Da hat der Typ Mal einen Meisterbogen Alter wo gucke ich denn Überall nicht hin Wie blind Lauf ich durch das Level durch Absolut blind Okay und die sollte überleben Die hat genug Magie Resistenz Hat sogar noch Feuer ausgerüstet Ne Ja Ja Die hat es richtig drauf Und so werden auch mal die letzten Ballisten doch mit benutzt Drei Ballisten auf Hork A Der steht dort im Kreuzfeuer des Todes Okay und Manus auch Aber das ist halt ein Händler Der immer ausweicht Wie viele What the fuck Fuck me right Ach du Heilige Scheiße Okay Die kann Hoffentlich kritisch Nein Die trifft überhaupt nicht What the fuck Da kommen sie einfach mal von überall Das heißt Ich komme auch an den Typen nicht ran Was Doch komme ich Zum Glück Wie viel Schaden kriegt er Okay Das Penz hält das aus Das heißt wir haben Ja Da kommt der nächste Kritische Schlag Mein Schwätzlauf So damit ist er auch auf Level 20 Die nächste OPA Inhalt Die wir herangezüchtet haben Was machen wir jetzt hier Gegen diese Gottverdammten Fliegeviecher Da sollte Manikati Ist schlecht Silberschwert Reicht aus Das ist gut Ja Nice Da kommt der nächste Kritische Schlag Von Lindes Alter Ich habe heute mal wieder Mehr Glück Als Verstand Finde ich gut Kann häufiger passieren Und jetzt muss hier Reff natürlich mit dem Stahlbogen Sollte ausreichen Den noch platt machen 4% dass er nicht trifft Sehr gut Geht trotzdem durch Alter warum müssen denn Jetzt noch mal So eine Menge von Gegnern da angerannt kommen Jetzt mal ernsthaft What the fuck Und hier unten Sind die ganzen Anderen Leute Noch nicht da Die irgendwie Helfen könnten Kommt doch nicht so weit Oder Ha Schweigehaft Schon wieder Okay Das heißt Nilsa kann ja nochmal Mitkommen Jetzt sind endlich Auch die Reiter Anwesend Da oben Wobei sie jetzt Woanders wesentlich Mehr gebraucht werden Würden Und zwar hier bei Sarah Die immer noch So hart Am abnippeln Ist Jetzt haben wir hier Echt Drei Fliege Viecher Die meinen Sie müssten Böse sein Angriff ist die beste Verteidigung Ich könnte jetzt Natürlich einfach Sagen Hier geht Alle auf Merlinus Hoffen dass das Wieder funktioniert Sarah an der Zeit Hier hinstellen Du hast Ein Wurfball Er hat Ein Wurfball Sehr schön Dann benutzen wir Das direkt mal Als nächstes Jetzt habe ich Den Weg Freigemacht Alter wie doof Kann ich sein Egal Jetzt muss ich Hier nach hinten Hin noch Der kommt Nicht weit genug Das heißt Er macht erstmal Den hier alle Alter Alter Alles tot Und ich muss Einfach Hoffen Ernsthaft Wirklich Hector In so einem Moment Tust du mir So etwas an Okay Ich muss Einfach Hoffen Dass hier Sarah Weder Gefokust Noch Überhaupt Angegriffen Wird Carol Macht den Rest Ganz ehrlich Es liegt Am Namen Carol Das ist Wie bei Walking Dead Die sind Einfach OP Ich kann Doch nicht In einer Runde Mehr Leute töten Als hier Irgendwie Spawn Das ist der Einzige Nachteil Oder Der Große Nachteil An der Maninus Taktik Da keiner Mehr Richtige Einheiten Angreift Stirbt Niemand Mehr In der Gegner Runde Wodurch Ich Natürlich Riesige Probleme Habe Okay Dann müssen Wir Den hier Platt Machen Die Eisenhase Reicht Zum Glück Aus Solange Die Nicht auf der Festung Stehen Macht Wolle es Ja auch Mehr Schaden Hätten wir Grad mal Wieder So Ein Man muss Ja alles Irgendwie Bedenken Scheiße Ich komme Da doch Niemals Durch Wenn da Jede Runde 55 Leute Spawn So Gegner Ich Erzug Ach Ja Die Gibt's Ja auch Noch Ich Hätte Vielleicht Lieber Zurück Ziehen Sollen Nein Hork Zuckt Mit Dem Kopf Und Weicht Nem Gewitter Nem Donner Blitz Einfach Aus Weil Das Hat Kann Beres Mother Fucker So ich hoffe Dass er mir Jetzt mit dem Wurfball Möglichst Alle Äh Bogenschützen Tötet Zumindest Die drei Die Jetzt Dort So rumstehen Und dass Das Wurfball Nicht Eher Kaputt Geht Das Ist Gerade Ein Kritischer Wurf Schön Geköpft Mit Nem Wurf Warum Nicht Schneidet Sich Durch Wie Heiße Butter Durch Messer Und Jetzt Auf Sarah Oh 920 Warum Weißt Du Nicht Aus 26 Prozent Aus Mal Chancen Seh Nice Immerhin Einmal Scheiße Das ist Gerade So Pizza Okay Da oben Habe Ich Absolut Gar Keine Angst Gerade Da Kamen Ja Auch Nicht So Viele Gegner Aber Ich Haben Wollte Wollte Dass Ich Auch An Jede Anderen Stelle Mir Gedacht Habe Vorwärts Kann Nicht Scham Oh Geil Penst Bereit Ein bisschen Lasagne Zu Schön Schön Ich hoffe Einfach Mal Ich habe Jetzt Für Den Wahrscheinlich Doch Noch Eine Weile Gehenden Kampf Genügend Speicherplatz Auf meiner Festplatte Andernfalls Wird Das Jetzt Ziemlich Kack Hier Sehr Schön Wolltes Tötet Zumindest Den Einen Obwohl Gleich Zwei Neue Wieder Spawnen Werden Es Ist Auch Kacke Dass Dieser Berserker Da Oben Einfach Nicht Gestorben Ist Dass Er Immer Noch Dasteht Mit Seinem Komischen Bogen Was Er Nicht Alles Hat Ja Jafar Weicht Auch Nicht Aus Macht Auch Kein Kritik Okay Er Töte Trotzdem Ich Hätte Jetzt Vielleicht Kann Ich Aber Waffen Erhöht Ist Auch Nicht Schlecht Gibt Schlimmeres Nein Ja Das heißt Die restlichen Werden Auch Auf Die Schießen Nö Oder Mein Hawk Warum Hast Du Nicht Die Balliste Mit Kaputt Gemacht Kann Man Eigentlich Ballisten Angreifen Lassen Das Angriffe Alter Ich Will Die Nicht Verlieren Sie Tut Doch Nichts Rest Auf Hawkey Okay Ja Sehr Schön Der Andere Auch Noch Ja Nice Sarah Überlebt Diese Runde Keine Ahnung Wie es mit der Nächsten Ist Aber Die Runde Hat Sie Überlebt Und Zumindest Kam Und Keine Neuen Reiter Nach Yay Ich Bin So Erleichtert Darüber So Damit Darf Wallace Den Hier Erst Mal Abhauen Ja Abhauen Solange Mit der Lanze Dagegenschlagen Bis Seine Einzelne Körperteile Abfliegen Das Ist Das Verb Abhauen Da Wird Es Eigentlich Gebraucht Sehr Schön Noch Level Up Fuck Das War Ich Mit Sarah Die Hat Ein Elixier Oder Da Habe Ich Nur Pris Kinder Das Elixier Gegeben Wo Stehe ich Dann Hin Jetzt Kommen Wieder Drei Neue Von Dänen Die Hat Nur Ein Heim Das Heim Ich Müsste Sie Eigentlich Retten So Wen Kannst Du Abschießen Stirb Nicht Stirb Nicht Triff Ja Gut Gemacht Luise Dann Ist Auch Auch Noch Das Heim Heim Person Die Sterben Könnte Die Einfach Nicht Verteidigung Hat Und Ausweichen Könnte Aber Die Hat Auch Ein Heilmittel Meine Ich Jetzt Nur Mal So Die Könnte Auch Angegriffen Werden Das Muss Ich Auch Bedenken Carol Macht Den Nächsten Wurden Dort Zumindest Tod Das Ist Sehr Schön Ist Jetzt Auch Level 20 Alter Wie Die Alle Hier Level 20 Erreichen Ich Find Greil Ja Greil Richtig Geil A.K.A. Greil Das Schafft Er Definitiv Auch Nicht Wie Weit Kommen Die Denn Die Eine Kommt Bis Dorthin Es Sind Momentan Zwei Gegner Greife Ich Hier Mit Dem Langbogen An Der Sollte Fuck Ich Hab Mich Verrechnet Er Ist Nicht Tot Aber Jetzt Haben Wir Ja Noch Rief Eigentlich Woll Ich Mit Dem Gerade Retten Aber Was Nicht Sein Soll Soll Nicht Sein Das He Weiter Unten Hier Auch noch Berg Felsen Ja Es Sind Alles Felsen Sehr Schön Dann Kriegt Der Gleich Bonus Vom Gebiet Her Sollte Der Theoretisch Tot Sein Drache Gegen Drache Schön gemacht Tief Du bist Doch Nicht Absolut Nutzlos Ye Hey Wirkliche Kampf Läuft Eh Da Oben Hier Unten Ist Bloß Stirb Nicht Stirb Nicht Stirb Nicht Ich Muss Nicht Retten Und Da Oben Ist Hawk Ey Yo Tod Yo Tod Yo Tod Seine Lieblingsbeschäftigung So wie es aussieht Ähm Und dann Gehst du Dorthin Oder bis Wohlen Kam Die Zu weit Okay Dann musst du Weiter Den Bonus Dort Abwarten Nimmst Dir Ein Elixier Und Kannst Das Auch Gleich Mal Benutzen Ach du Scheiße Ich kriege zwar wieder Zwei Schläge ab Aber ich hoffe Dass sie wieder Ausweicht In der Zeit Wie viele Ballistenschütze Sind hier noch Das kann man ja Gar nicht Erkennen Dann machst du Den einfach Trotzdem Tod Okay Er kann noch Schießen Habe ich Kurz fest Seid Der hat auch Getroffen Damit das Hawk Geil Auffasst Weg Nein Leute Beeilt Euch mal Ach hier kommen ja auch noch wieder neue Gegner Hey Hatte ich ja fast schon glücklicherweise verdrängt Kommt schon noch ein Kritik Lindes Ja Bei 10% Zweimal Kritik Und ich habe mich vorher noch aufgeregt Dass sie Glück dazu bekommen hat Wieso mache ich so einen Scheiß Ist genau richtig gewesen So dann gehst du weiter Darfst den hier noch mit töten Das machst du Wunderschön Ah Das Ich glaube das sind Blutgekinder Die eigentlich dazu da sind Mich selber beim Vorschreiten zu hindern Und ich hätte mich auch hindern lassen sollen Das wäre schlauer gewesen So Um das mal kurz festzuhalten Nilsa Spiel mir das Lied Vom Leben Vielleicht schaffen wir es ja noch Rechtzeitig irgendwie durchzukommen So Okay Muss jetzt nächste Runde ausweichen Jede Runde Hier ist ein neuer Charakter dabei Der Kurz davor ist Abzunippeln Und ich muss halt jedes Mal hoffen Dass es Irgendwie schaffe Alle zu retten Und dass es irgendwie Alle schaffen zu überleben Solche kritischen Schläge Sind dabei Äußerst hilfreich So Ich könnte jetzt mit Pent hier nach vorne gehen Und zumindest Ein bisschen Ablenkung schüren Dafür müssten aber Die restlichen Leute sterben Und so weiter kommen die nicht Okay Das heißt ich gehe langsam vor So Stück für Stück Dass sie dabei vorbeigehen Den Leuten mal einen kurzen Schlag mitgibt Ein Großteil meiner Armee Steht halt eben da links oben Ohne auch zu sein die Hälfte Was ja Effektiv Fast ein Großteil ist Großtoast Aber gut Die müssen sich ja auch Ein bisschen durchkämpfen Fuck man Ich hoffe meine Malinus-Taktik Funktioniert jetzt wieder Und Das ist wirklich das Schlimmste Das Hook Er jetzt auch noch Am Abnüppeln ist Der hat nicht mehr so viel Ich hätte immer noch Teleport benutzen können Fällt mir gerade auf Aber Nein Das wäre ja zu einfach gewesen Hätte ich ja gar nichts mehr Um In irgendeiner Weise rumzumeckern So Nicht treffen Nicht treffen Nicht treffen Nicht treffen Nicht treffen Nicht treffen Ja Rein Prozentual Müsste der nächste Schlag Eigentlich Ihn erwischen Der hat bei 33% schon Dreimal ausgewichen Das ist mathematisch schon Wow Geil Wäre schön Wenn das weitermachen würde Aber ich wage es Verzweifeln so langsam Obwohl er jetzt ja wieder Auf einem Gebüsch steht Zumindest die ganzen Rüstungsmorphs Können absolut rein Gar nichts Das ist sehr schön Ich verbrauche zwar gerade Meine Wurfbeile dadurch Aber das ist Besser als wenn er sterben würde Eigentlich ist alles jetzt in Ordnung Solange nur dieser Kackdonner nicht trifft Bin ich Also das Gewitter Nicht trifft Bin ich absolut zufrieden Der Rest ist mir so ziemlich Komplett egal Die 2-3 Schaden Die die machen würden Ist natürlich das Wurfbeil noch kaputt Das ist ein ziemlich hoher Item verbraucht Den der da hat Jetzt hat er wieder die Kriegerachsen Der Hang Die will ich eigentlich behalten Und ich bei solchen Nuschen Verbrauchen Das sind gute Waffen Das sind starke Waffen Das sind reine Waffen Also jetzt nicht mehr Weil Blut dran ist Und Merlinus Funktioniert nicht Nice Sarah Was sich da Erfahrungspunkte Red nicht verdient Und Nein Jetzt muss ich wieder Fangeln Ja okay Die geben wir doch vor Zumindest der eine Der andere auch Boah Shit Okay Der darf auf Pent gehen Sollte eh keinen Schaden machen Selbst wenn er trifft Jetzt kommen da wieder Welche Können die mal Mit diesem Scheiß Aufhören Jetzt ist es Auch weg Ich würde sagen Wallace rettet die jetzt Einfach Ohne Scheiß Endlich ist Wallace da Jetzt darf unsere Verteidigung Auch mal zeigen Dass sie eine Verteidigung ist Und Der kommt natürlich jetzt Nicht nah genug ran Limstella hat noch Zweimal Gewitter Was war die Reichweite Von Gewitter Drei bis zehn Eins Zwei Drei Also ab hier trifft das Verdammt Ja wie gesagt Tokay Hat natürlich jetzt Keinen Wurfbein mehr Das können wir aber ändern Da Merlinus Ja beweglich ist Du nimmst dir jetzt Erstmal ganz schnell Wieder so einen Wurf bei Dankeschön Kannst dann mit dem Den Typen da drüben töten Ich mach das jetzt erstmal Wieder ruhig Also ohne Scheiß Das war mir Das ist mir immer noch Zu riskant da unten So dann darf Du mein Freund Den da weghauen Zumindest die neu erscheinenden Kriege ich jetzt schon mal tot Durchgehend Solange Carell angreifen kann Ich sollte vielleicht auch nicht so viele Wolfbeile benutzen Aber davon hab ich glaube ich noch irgendwo eins liegen Irgendwo verstaubt da in meiner ganzen Sammlung noch so ein Wolfbeil Also Was das Und Ich komm nicht auf den Felsen mit Carell Okay hat hier irgendjemand schon Schaden bekommen Nein gar keiner Dann Den Würmenschuter sollte ich Die restlichen sollte ich behalten Hab ja jetzt irgendjemand anderen Der die Lords Und Lady Dienen töten kann Carell Das hätte eher kommen müssen Ich bin immer in diesem Rhythmus drin Dass ich einmal zu spät Also eine Runde zu spät Diesen kritischen Schlag mache Okay Dann Sie kann jetzt niemanden dort mehr angreifen Jetzt darfst du wirklich aussteigen und weiterlaufen Was für ein Wunder Dass das heute noch passiert Und Hief Ne ich lasse Hief nicht kämpfen Hief geht wieder auf Wartestellung Vielleicht irgendwann wieder irgendjemanden retten zu können Und jetzt erstmal nicht zu sterben Und Rebecca macht hier mit dem Langbogen nicht genügend Schaden Das hat man halt eben schon Deswegen 32 darfst du mit Eisenbogen angreifen Komisch dass der Eisenbogen mehr Schaden macht als der Langbogen Aber klar ist eine größere Entfernung Weniger Schwung Okay Ist logisch Oh What the fuck is going on Okay dann haben wir das da oben geklärt Jetzt müssen natürlich die da oben wieder So ein bisschen aufmurksen So äh 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 Wir sind auch hier Wie gesagt 3% müsste auch Lündis jetzt langsam keinen kritischen Schlag mehr machen Weicht vielleicht dafür aus Ja Alter Lündis Die hat ein Glück Und hoffentlich steigt das gleich noch weiter Das wäre ich vollkommen zufrieden mit Ah schade Aber Geschwindigkeit Nice Brauchst du gar kein Glück mehr Okay das hier drüben funktioniert ja andersweit ziemlich gut mit Raph der einfach alles wegballert Aber ich brauche die Leute von da oben als Verstärkung Und da weil da regelmäßig neue Einheiten kommen kommen die halt nicht weiter Das ist das was mich wirklich stört So kann Kann Eliwood eigentlich auch den da platt machen Relativ unwahrscheinlich Warte mal hat er eine Lanze Er hat eine Lanze Ich habe einen Lanzenmeister Easy Stirb Leider kein kritisch Aber ne komm 0% Trefferchance Eliwood macht das schon gut Dass ich mir die Waffe geleistet habe Dann sollte Eliwood vielleicht sogar alle Gegner alleine dort aufhalten können Aber ich will es mal nicht übertreiben Vielleicht kommt irgendwann hier rein Sofällig wieder eine mit einem Was bräuchte man dann Schwertmeister oder so Keine Ahnung Der mich dann platt machen könnte Heißt Lovin darf hier mit dem Eisenschwert zuschlagen Das reicht sogar Logischerweise ist es Lovin Das ist noch so eine OP Kreatur Die sich bei mir irgendwie rumfleucht und kreucht Und mit etwas Hoffnung Könnte das jetzt hier die letzte Runde sein In der Verstärkung aus dieser Richtung kommt Und Jafar darf hier jetzt mit dem Stahlschwert angreifen Mir fällt gerade ein Wenn ich es schaffe Jafar hier rechtzeitig nimmt Sobald schaffe ich nicht Ich hätte der Fimbul Winter klauen können Oder hätte ich sie gar nicht mehr angreifen können aus der Nähe Das wäre die Idee gewesen Aber naja Okay Soviel zu meinen genialen Ideen Die immer 1,2 Wenn die sogar 3 Runden zu spät kommen Aber gut Nichtsdestotrotz Es sieht momentan Halbwegs okay aus Wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert Womit ich absolut nicht rechne Sollte ich das auch irgendwie Fast schon geritzt haben Pent kann erstmal hier weiterlaufen Dann röstet das andere Elfenlicht aus Er bräuchte eigentlich bald mal ein bisschen Heilung Heißt ich will ihn auch irgendjemand hinterher schicken Das macht er dann nächste Runde Chris Kierda kann bis hier hingehen und wartet Soviel sollte auch die Balliste da nicht mehr haben Sehr schön Die hauen da schon mal ab So mehr oder minder Der greift Banos an Alles wieder im guten grünen Bereich Die greifen alle Banos an Das heißt wir lassen jetzt erstmal ihre Waffen kaputt schießen Pent wird nicht getroffen Easy Sehr schön So Hockey hat immer noch das Heilmittel Das heißt Da jetzt alle Gegner wechseln Es sind keine neuen gespawnt Die ich mal hier ganz kurz laut anmerken Das heißt Das heißt Wir kommen da auf jeden Fall jetzt sehr leicht durch Das reicht wieder nicht um einen Punkt Hilfe ist auch zu weit weg War mal wieder eine Glanschleistung von mir Aber Hilfe hat einen Glanschwert Perfekt Dann passt das auch wieder Allerdings Muss ich hier jetzt mal ganz kurz eine Pause machen Wurde gerade zum Essen gerufen Das heißt Ich kann es noch nicht speichern Aber ich lasse es hier so stehen Und wir sehen uns dann Hoffentlich gleich wieder Das ist ein echt verdammt langer Part Naja Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis Bist 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 Vielen Dank.